Herzlich willkommen zum Bundesliga-Spitzenspiel Bayern München gegen Borussia Dortmund. Die Bayern zu Hause seit 29 Spielen ungeschlagen gehen als klarer Favorit in dieses Match. Vierte Minute, Robben auf Thiago, Thiago raus auf Lahm, Lahm hat das Auge für Ribéry, das Ding ist drin. Wir sehen in der Zeitlupe, Thiago gedankenschnell raus auf Lahm und Ribéry vollendet zwei Tage nach seinem 34. Geburtstag zum 1 zu 0. Zehnte Minute, Lewandowski läuft an, Tor. 25. Tor für Lewandowski und wir sehen in der Entstehung, dass Dembélé sich im entscheidenden Moment wegduckt und somit ist der Weg frei für das 2 zu 0 für Bayern München. Kann Dortmund nochmal zurückkommen? Aubameyang über die linke Seite, Flanke auf Pass lang. Vidal unglücklich, Guerreiro Tor. Dortmund ist zurück im Spiel, es steht nur noch 2 zu 1. Klasse gemacht von den Dortmundern. Wir sehen aber auch, dass Vidal den Ball unglücklich auf Guerreiro vorlegt und dieser dann mit einem Sonntagsschuss einnetzt. Die Bayern in der zweiten Hälfte unglaublich stark. Robben in Bestform. Lässt Sokrates aussteigen und... drin. Keine Chance für Bürki, Robben macht das einfach super. Kommen die Dortmunder nochmal zurück? Lewandowski läuft alleine auf Bürki zu. Er will ihn aussteigen lassen, aber Bürki trifft ihn Elfmeter. Wir sehen in der Entstehung, Bürki will zum Ball gehen, deswegen nur gelbe Karte und Elfmeter für Bayern München. Lewandowski läuft an. Keine Chance für Bürki. Bayern schlägt Dortmund 4 zu 1. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.